hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen ls 22 single let's play hier auf der niedersachse 22 wenn euch das video gefällt lässt man like und ein abo schreibt mal euer feedback in die kommentare und natürlich schaut wie immer lieben gerne unten in der videobeschein vorbei sodala ich bin hier gerade am tier füttern und habe sogar anscheinend ein fehler gemacht aber egal dass man nochmal überwärts waren genau ich bin hier am tier füttern ihr seht schon wir haben den fans vorne dran wir haben hinten einen neuen futter mescher dran liegt einfach daran der alte wurde langsam zu klein und ja das war eigentlich so ist problem warum ich dann gesagt habe okay ich kaufe jetzt nennen neueren futter mescher oder einen größeren vor allem auch weil wir einfach zu viel hätten mischen müssen also anmischen müssen so jetzt denkt einer an ja muss die ganze ein kroniker ein kroniker in der natur nein ich habe ja noch einen teleskop lader bestellt gehabt der ist auch geliefert worden genau das auch geliefert worden dadurch haben wir alles da jetzt eigentlich was wir brauchen plus am händler stehen unsere neuen maschinen da wären wir ich denke mal im nächsten video wieder drüber schauen aber bevor wir jetzt oder im laufe des videos aber bevor wir jetzt weiter labern euch erst mal nachträglich noch mal frohe weihnachten und schöne feiertage so ja ich habe mir gedacht wir nehmen jetzt heute mal den februar jetzt waren wahrscheinlich die anlage voll ich meine es dauert nicht lange sind jetzt überall fünf schaufen waren wir brauchen dann wäre der bunker wieder voll oder dann ist der bunker wieder voll los ich werde den bunker erst mal nicht reaktivieren weil nämlich das problem war ich habe umgebaut an der anlage na der generator steht jetzt hier vorne und der war nicht angeschlossen so als hat sich natürlich dieses ganze rohmethan gesammelt und ja war nicht ganz toll warum habe ich den generator nach vorne gesetzt ist ganz einfach seht ihr jetzt dann auch oder man sieht sogar wir haben einen zweiten nachgärer bekommen der also ist ein kleiner nachgärer der jetzt ebenfalls mit laufen wird und ja im normalfall laufen ja zwei silotypen nur außer eben wenn wir auch gps haben dann läuft laufen drei silotypen und da kann schon mal passieren dass so nachgärer voll wird deswegen eben der zweiten nachgärer so eigentlich wollte ich darüber bauen aber ich habe mir nach komm ich setze ihn da hinten hin das passt ja auch weil darüber wird das hätte ich warten müssen bis nach der ernte und 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 dann habe ich gesagt komm weißt was machen wir es gleich weil wo es gleich gemacht ist ist gleich gemacht genau dann haben wir die neuen maschinen alle bekommen jetzt sie stehen jetzt alle beim händler die saartechnik steht noch in den sternen da erstens wir das geld nicht haben mal zum ein haben wir die kohle nicht dafür und zum andern ist es so das okay eine schaubel geht noch drauf und zum andern ist es einfach so weil ich sag ein jahr geht noch mal ein jahr noch mal mit der technik ist kein problem danach wird die technik wegkommen und danach werden wir uns neue technik holen aus dem hause horsch so viel steht jetzt schon fest also es wird eine also wir kriegen eine große zwölf meter maestro wie kriegen und wir kriegen eine sechs meter sechs meter wands ja wir kriegen das sechs meter hoher spronto mit mit großen tanks und ein zusatztank also da ist jetzt dann schon ein bisschen schlagkraft dahinter im gegensatz zu der pöttinger weil das mit der pöttinger das ist ja ich sage mal auf dauer ja alles aber nicht schön so da die tiere jetzt natürlich auch mehr fressen bin ich schon mal froh dass wir jetzt ein paar hektar mehr haben am mais im nächsten jahr allerdings könnte das eng werden weil da wirklich nur 14 in wirklich nur knappe 15 hektar glaube ich müsste man nachschauen also langsam entwickelt sich das mit dem tierfutter und vor allem müssen ja zuhören wir haben ja dann noch einmal kälber wo man alle wo man immer wieder füttern müssen dann haben wir immer wieder die bullen wo man dazu noch füttern müssen also ja es wird langsam so aber wie viel hektar mais hatten wir jetzt im letzten jahr eigentlich im letzten jahr hatten wir sagen wir mal sieben hektar naja zwischen 16 und 17 hektar in dem jahr in dem jahr wird es eng also kann es passieren dass man bald wirklich 20 hektar den 20 hektar schlag mit weiß anbauen müssen holla die waldfüdo hätte jetzt erwartet puh naja müssen wir schauen also wir brauchen sowieso extrem viel mais vor allem einfach auch aus dem grund weil wir ja nebenbei die biogas mit dazu speisen mit dem mais das dadurch denke ich wird der mais knapp werden im nächsten jahr würde wahrscheinlich knapp werden naja wenn wir mal schauen wenn wir es jetzt zusammenbringen darum wir mal schauen wenn wir es hinbringen aber ich denke mal das wird schon irgendwie funktionieren funktionieren das wird schon funktionieren hätte ich mir gesagt ja und dann im nächsten jahr wird dann da war der Ropsis also entweder kriegen wir ein kreis in der Acker nochmal oder wir meinen wirklich den 20 Hektar hoch aussehen möchte jetzt eigentlich abonniert machen ich weiß aber ja im endeffekt wird es der fasse laufen und dann schauen wir mal wie lange das ist groß halten dort ich denke auf jeden fall dass wir auch groß mehr brauchen werden aber man hat einmal ja genug reise denn so ist ja nicht ich meine sei es alle spekulationen wenn man da jetzt darum aber ja es ist leider irgendwo so ich glaube immer noch vor und dann haben wir für den dann können wir mal oh gott zweimal nur für die Anlage um gottes werden ja gut davon ja ja immer mal schauen ich habe jetzt extra die die Maisballen zuerst an Biogas verfettet oder dennoch eingefahren dass die Abfurt sind weil dadurch habe ich wenigstens ein paar doch noch mal Anlag speisen können mit denen Maisballen und ja das passt eigentlich optimal was jetzt natürlich noch geiler war wenn wir jetzt noch mal in Acker gleich hatten als im Frejahr da bin ich jetzt gut noch über die Verhandlungen man geht technisch wird es ein wenig knapp aber ich meine den Acker braucht ja dann erst wirklich zum Mais also für Mais ist der nächste Acker noch vorgesehen aber da müssen wir jetzt mal schauen weil ich das jetzt zusammenbringe weil irgendwelche weiß ich noch nicht naja wurscht wem war jetzt am Anfang März werden jetzt dann erstmal die ganzen Bulldogs die ganzen Maschinerkult was drumherr zu stehen naja Güllefassel kann ja so mit Obernehmer in Tridem Kipper in Abschieber kann ich mit Obernehmer und mein fürn Gülleaufbau mit mir halt einmal schnell aufgefahren naja da kommt der Kippaufbau ober von der HKL und dann mit mir halt einmal schnell aufgefahren das ist ja Korb einbruch nichtsdestotrotz werden wir trotzdem in der Richtung da den Acker mal noch an wenn man endlich einmal kriegen einfach aus dem Grund wir brauchen die Fläche weil ja wo es fällt richtig eine gescheite Maschine hol den müssen wir noch holen den müssen wir uns kaufen den müssen wir uns sofort ändern genauso wie der Acker unterhalb von uns und da möchte ich dann ganz gerne auch die Maschine mit aufbauen und dann darf das passen so da mal jetzt halt überall genug sein gut jetzt nehmen wir mal den noch schnell an den Tankstiefel fahren weil langsam gelb wird auch das spült ein wenig aus wenn es also 230 Glitter drin aber hm hm so dann lassen wir den jen da mal danken und dann schauen wir mal ja gerne ok hm naja wurscht ah stimmt ich würde da nur was außernehmer genau aus von den ich zwei Hafer würde die nur ein Mist weg dann wieder in Anlauf einfahren beziehungsweise ja bisschen was mach ich wegnehmen ich mach nochmal was wegnehmen weil ich hab aktuell kein Bulldog mit dem wo ja der dritte Mulden zum Beispiel von einem Kalt sehen könnte oder so naja man sagt man müsste also müsste nochmal ein Furz auf äh aber Flächen drauf wo man dann äh Spader dann zum Beispiel dann ein Ohrwand oder so naja Ullrettich oder sowas äh äh deswegen tja gut aber ich hab jetzt immer wieder mal wenn die Früge bin dann hab ich immer mal wieder ein bisschen ein Mist ein Biogas mit eingefahren ich meine ist auch gut äh vor allem vergleich zu Gülle ist der Mist ein wenig besser da hab ich immer mal sagen glaube ich und ich soll jetzt mal von beiden Hafer eine Schaufel weg gelangt wieder ein paar durch und dann müssen wir mal schauen dass wir mal Gülle aus in der Anlage wieder richtig sauber Gülle mit drin ist wenn wir mal schauen so jetzt nehmen wir gleich einen Hintern Haffer dann haben sie nochmal 20 kb Luft und ja wir werden dann gleich im März werden wir ausmisten also einmal ausmisten dann werden wir dann werden wir dann werden wir genau ausmisten und dann werden wir mit die Gäste loslegen und dann haben wir die Gäste erst die das vorgekommen so da aber meine Lieben ich denke mal das werden wir im nächsten Video erst machen äh asmisten, Gäste und so das werden wir im nächsten Video glaube ich mal machen werden und ja jo schon wieder gesehen wir haben schon wieder am Ende von der heiligen Zeit gekommen das bedeutet ich wünsche euch erstmal noch frohe Weihnachtsfeiertage und genießt die Zeit mit eurer Familie vielen vielen lieben Dank fürs Zuschauen hofft natürlich wie immer euch hat das Video gefallen Like, Abo nicht vergessen wenn es euch geglaubt hat Feedback in die Kommentare und ich würde sagen wir hören uns beim nächsten Mal wieder bis dahin wünsche ich euch was Haut Zeit Entschuldigung Haut Seine wir hören uns bis denne Ciao Ciao